Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Heute war alles sehr seltsam für mich. Der Bus, der sonst immer 10 Minuten Verspätung hatte, war heute komplett pünktlich. Nicht nur das, die Bahn, die jetzt auch schon öfters ausgefallen war, kam auch wie angesagt an. Und an einer Haltestelle, kein Witz, hat der Lokführer uns Fahrgäste gebeten auszusteigen. Nicht wegen eines Defektes oder so, sondern weil er draußen zwei Minuten auf seiner Trompete gespielt hat. Alles sehr, sehr seltsam und trotzdem kam ich heute pünktlich an. Es ist total merkwürdig. Es geht nicht mit rechten Dingen zu, aber hey, ich will mich hier nicht beschweren. Das sind die Arten von Merkwürdigkeiten, für die brauche ich keine Geisterjäger. Wobei die dürften die nächsten Tage eh genug zu tun haben, denn ab dem 21. März sind die Ghostbusters mit Frozen Empire wieder in den deutschen Kinos unterwegs. Ob der Nachfolger des letzten Films den guten Ruf aufrechterhalten kann oder ob er das Franchise wieder so ein bisschen wieder in die Tiefe zieht, das werden wir jetzt hier herausfinden. Und damit hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch. Ich begrüße zur Besprechung von Ghostbusters Frozen Empire heute der Mann, der von sich selbst sagt, er bastelt gerne. Denn wie er auch selbst sagt, basteln makes me feel gut. Hallo. Hallo. Und leider können wir aus versicherungstechnischen Gründen keinen Slime in den Podcast einladen. Aber hey, nehmen wir halt einfach einen Schluck. Hallo Schluck. Ach, ist das schön. Hallo ihr beiden. Hi. Hallo. Liebe Leute, bevor wir jetzt über Ghostbusters Frozen Empire sprechen, müssen wir bei solchen großen Franchise-Filmen im Vorfeld immer für unsere Zuhörerschaft eines klären, nämlich wie stehen wir denn zu diesem Film oder zum Franchise? Und ich würde mal sagen, Slimer, ich mein Schlucker Fürth. Also ich bin gar nicht so drin in dem Franchise. Ich habe natürlich den ersten Film damals gesehen, den habe ich auch schon öfter gesehen und mehr tatsächlich nicht. Ich weiß, dass es die Serie gibt. Ich weiß, dass der Vater meiner Kinder ein Riesenfan von der Serie war und Ghostbusters generell, dass er in Ghostbusters Bettwäsche geschlafen hat. Aber von diesem Secondhand-Wissen habe ich so ein bisschen was mitbekommen. Ansonsten, wie gesagt, bin ich nur relativ halbwegs, relativ halbwegs firm im ersten Teil mehr nicht. Rino, wie ist es bei dir? Also ich bin ja Jahrgang 84, das passt ja jetzt irgendwie. Und das heißt für mich als Kind fängt quasi das mediale Aufwachen so erst ab den 90ern an. Deswegen ist alles, was irgendwie vorher gemacht wurde, existiert für mich überhaupt nicht. Deswegen habe ich nicht verstanden, warum in diesem Film so alte Säcke plötzlich mit drin sind. Aber sonst, nee Quatsch, großer Fan von den alten Filmen natürlich, großer Fan von der Originalbesetzung. Erster Film, gerade auch erst jetzt in Vorbereitung wieder so Hausaufgaben mäßig nochmal geguckt. Riesenspaß gehabt. Den zweiten, das war tatsächlich damals glaube ich der, den ich am besten kannte, weil ich den, der lief öfter mal im Fernsehen, habe ich das Gefühl, als der erste. Und den habe ich im Prinzip glaube ich deswegen öfters gesehen, obwohl mir der heute nicht mal so gut gefällt wie der erste. Und dann die Franchise auch so ein bisschen aus den Augen verloren, wie sie sich selber ja auch. Aber die, die Cartoon-Serie gab es zum Beispiel auch und die habe ich auch zumindest sporadisch Samstagmorgens dann gerne mal geguckt. Hm. Ja, ich bin Jahrgang 83 und bin auch so mit diesen Ghostbusters groß geworden. Für mich war das so ein Sat.1-Film, die ersten beiden Teile. Ich habe die damals als Kind auch gesehen. Ich habe mich da auch gut und gerne ein bisschen gegruselt. Also ich weiß noch, dass die Anfangsszene im ersten Teil in der Bibliothek, die hat mir wirklich so einen wohligen Schauer über den Rücken gejagt. Aber trotz allem war Ghostbusters bei mir nie so das große Thema. Ich habe die gesehen, auch öfters. Ich fand die ganz gut, aber ich war da nie so hinterher. Ich habe auch diese Trick-Serie gesehen, für die ja viele geistern konnte. Aber es hat bei mir nie so in der Hinsicht Klick gemacht, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin Fan davon. Ich habe es mir gerne angeguckt, aber nicht so halt, dass ich Fan bin. Ich fand den Legacy von 2021, der ja quasi der Vorgänger ist von jetzt Frozen Empire, fand ich sehr schön. Es war zwar, ja, sagen wir mal wie es ist, es war Nostalgie-Porno par excellence, aber einer, der gut gemacht war. Und jetzt kommt das große Ding, wofür mich viele jetzt schon, glaube ich, als jemanden abstrafen werden, der eh keine Ahnung hat von der Materie. Ich fand auch den 2016er-Film nicht schlecht. Ich finde, das ist kein guter Ghostbusters-Film, aber ich habe den mehr so als R-Rated-Komödie gesehen und dafür fand ich den echt okay. Von daher kann ich auch sagen, ich finde, es gibt keinen schlechten Ghostbusters-Film bislang. Ob sich das jetzt mit Frozen Empire ändern wird, werden wir mal sehen. Die Voraussetzungen, dass der Film mal ganz gut ist, sind aber auf jeden Fall gegeben. Denn, äh, Gil Kenan, oder Kenan, äh, führt Regie und der hat mit dem Jason Reitman, dem Sohn von Ivan Reitman, der die ersten beiden Filme gemacht hat, schon bei Afterlife mitgearbeitet und hat diesen jetzt inszeniert. Und ich hatte mir im Vorfeld den Afterlife nicht nochmal angesehen, ich hatte aber keine Probleme reinzukommen. Und ich merke gerade, ich stelle jetzt schon eine Frage, obwohl nur eine Frage noch im Offen ist, und zwar, worum geht es denn in Frozen Empire? Gut aufgepasst, lieberst du, dankest du. Und deswegen, Gerino, kannst du uns kurz erklären, worum geht es in Frozen Empire? Okay, ich fasse kurz zusammen. Nach dem letzten Film ist die nächste und quasi die übernächste Generation der Ghostbusters in einem, wieder in Action. Kelly Spangler, die Tochter von Egan Spangler aus dem ersten Film, gespielt von Carrie Coon. Und ihre Kinder Phoebe und Trevor, gespielt von McKenna Grace und Finn Wolfhardt. sowie der Boyfriend Paul Rudd, der heißt, Gary heißt er im Film, Gary Gruberson, die jagen Geister in New York. Und gleichzeitig will ihnen der Bürgermeister von New York, Walter Peck, der gespielt wird von William Atherton, den man auch in der Rolle des jähzornigen Bürokraten aus dem ersten Film kennt, und der will denen das Leben schwer machen und setzt Phoebe erstmal auf Eis, weil sie nicht voll wiejährig ist. Und gleichzeitig bringt Kumayananjani ein rätselhaftes Objekt zu Alt-Ghostbuster Ray Stance, der einen Trödeladen für Übernatürliches betreibt, bei dem die Truppe gleichzeitig auch wieder mit Podcast, dem Ray-Stance-Äquivalent quasi der neuen Generation aus dem letzten Film zusammengebracht wird. Und gleichzeitig erfahren wir, dass Winston Zedmore, gespielt von Ernie Hudson, der einer der Original-Ghostbusters, eine Art Ghostbusters-Side B auf die Beine gestellt hat, weil gleichzeitig der Geistertank Probleme macht. Und gleichzeitig lernt Phoebe im Central Park beim Schachspielen ein Geistermädchen kennen. Und jetzt muss ich mich quasi bremsen, weil da sind wir dann irgendwann. Ich merke gerade, dass mein Plan komplett eingestürzt ist, weil jetzt habe ich gerade quasi die Überleitung zur Synopsis verkackt und durch die Synopsis ist jetzt was anderes aufgeblümt, was ich jetzt auch nicht einfach so unbeachtet sein lassen kann. Jetzt entscheide ich mich, was nehme ich zuerst? Frage ich euch erst, ob ihr Probleme hattet, wieder reinzukommen oder frage ich euch erst, ob ihr auch findet, dass der Film einfach extrem vollgeschlopft ist? Ich nehme die erste Frage. Liebe Schlogger, du hast ja auch den Vorgänger gesehen, Afterlife oder im USA heißt er, glaube ich, Legacy. Hattest du jetzt Probleme, in Frozen Empire reinzukommen oder war es für dich mehr so wie ein Nachhause-Germ? Das kann ich leider, also es war leider die falsche Entscheidung, mich das zu fragen, denn ich hatte den Afterlife gestern das erste Mal gesehen. Das heißt, egal wie der Film heute gewesen wäre, hätte ich wohl keine Probleme gehabt, da wieder reinzukommen. Aber der Film... Pass auf, da tu mir einen Gefallen, dann denk jetzt bitte darüber nach, ob du findest, dass Frozen Empire vollgestopft ist oder nicht. Warte, ich möchte die Frage beantworten. Lass mich. Ich habe Afterlife nicht gesehen vorher. Ich will aber trotzdem, ich lasse mich, nein, ich beantworte es jetzt einfach und wenn Rino anfängt zu reden, dann rede ich einfach weiter und ignoriere alles, was ihr sagt. Also und zwar fand ich das ungeachtet dessen, dass ich den Afterlife gerade erst gesehen hatte, also den ersten Teil quasi, kam man sehr gut rein, weil sie wirklich für Deppen alles zusammengefasst haben. So, oh, wir sind jetzt, ich war vor zwei Jahren, war ich dein Geschichtslehrer und, oh, ich kenne deine Mutter seit, was weiß ich. Und als wir vor x Jahren zusammengezogen hier nach New York sind und ich kann dieses Auto ja auch fahren, aber du lässt mich nicht mehr oder so. Also sie haben wirklich alles, alle harten Fakten haben sie im Film am Anfang wiederholt. So, jetzt du, Rino, bitte. So, genau. Und ich wäre die perfekte Person gewesen, die Frage zu beantworten, weil ich tatsächlich... Ja, ich habe es verkackt. Sagst du einmal noch... Nein, ich wollte es jetzt nicht so deutlich sagen, ich wollte es nur implizieren. Okay. Ich habe den Vorgang der Film tatsächlich nicht gesehen. Ich habe heute Morgen mir nochmal so eine kurze Zusammenfassung reingezogen, damit ich ungefähr auf dem Stand bin. Aber der Film macht das tatsächlich auch ganz leicht. Also reinkommen ist in dem Falle überhaupt kein Problem. Fand ich wunderbar. Phoebe Spengler. Du kommst sofort wieder her. Genau. Da weißt du schon alles. Genau, da weiß man halt Bescheid. Und man ist auch direkt in der Action-Szene drin, die Spaß macht. Und da werden irgendwie auch so die Zusammenhänge der Familienmitglieder da ein bisschen nochmal wieder aufgebreitet und erklärt. Und dann geht es halt schon los. Lieberst du, fandest du denn, dass der Film überladen war und dass man da nicht gut mitgekommen ist? Weißt du, liebe Schlogger, da der Reno ja gerade eben die Sehlandsangabe gemacht hat, fiel es mir da mal wieder auf. Gott, das klingt aber nach viel. Und ich muss auch sagen, als ich den Film heute geguckt habe, gerade so im Mittelteil, dachte ich mir so, oh Leute, das ist zwar alles gut und schön und es macht ja auch Spaß und ich mag die Figuren, jede einzelne an sich auch ganz gerne, aber es ist so viel. Ihr packt da so viel rein. Also auch irgendwann, dass ich dachte, ach jetzt kommt noch das dazu, ach jetzt kommt noch das dazu, okay jetzt kommt noch das dazu. Und ich muss sagen, also das soll jetzt kein Vorabfazit sein, aber gerade im Mittelteil ist Ghostbusters Frozen Empire für meinen Geschmack echt mir zu vollgestopft. Aber Schlogger, wie siehst du denn das? Ach, ich musste kurz gähnen, weil du so lang gebraucht hast und so viel reingestopft hast in deine Antwort. Nein, kleiner Gag. Das schneide ich raus, Freunde. Mir fällt gerade ein, es gab ja auch noch mehr, als Reno erzählt hat. Denn hier der Junge, ich habe seinen Namen schon vergessen, der große Bruder lernt ja auch noch eine gewisse Figur im Haus kennen, was ja auch noch reinkommt und diese Figur, sieht man die im Trailer oder spoiler ich dann? Das ist im Trailer, die Szene. Ja, okay, das ist im Trailer, genau, ich war wieder kein Trailer geguckt. Ja, das Slimer taucht ja auch noch auf, den sehen wir ja auch da oben. Passiert auch alles auf einmal. Und ich fand das mit den Handlungssträngen halbwegs okay. Was mich dann immer ein bisschen rausreißt, ist, wenn der Bösewicht so einen Plan hat, der dann über alle Handlungsstränge vermeintlich drüber geht, der so sinnfrei ist und überhaupt keinen Sinn ergibt. Also sie, die eine Figur, sollte sie mit der anderen Figur befreunden, damit am Ende das passiert, was die eine aber gar nicht wissen kann. Und der muss dann damit rechnen, dass dann das passiert. Und da bin ich immer so, nee, da gehe ich nicht mit. Also die ersten Handlungsstränge sind okay. Aber manche Figurenverhalten und Pläne, die dann daraus resultieren, das finde ich dann einfach völlig abstrus. Da staunt dir was. Achso, ich hätte mal wieder das obligatorische Problem, dass ich gehofft habe, dass Rino von sich aus jetzt was dazu sagt. Aber ich muss ja natürlich wieder anmoderieren, was ich einbringe. Rino, was sagst du dazu? Also ich finde, was meine Befürchtung war nach diesem Trailer, weil da auch wieder ein paar Szenen drin sind in dem Trailer, die eins zu eins quasi Remakes aus dem Originalfilm sind, dass es wieder so ein Aufguss wird, der irgendwie den Plotbeats vom Original eins zu eins folgt, was man ja dem ersten Film ein bisschen vorwerfen kann. Da muss ich sagen, das ist hier nicht wirklich der Fall. Auch nicht vom Zweiten oder so. Es wird kein besessenes, böses Bild gefunden. Gibt halt tatsächlich ein paar Stellen, die dann Nostalgia-Porn sind und eins zu eins so wieder auftauchen. Ob die jetzt da reinpassen oder nicht, die sind da drin, die müssen da rein. Das steht irgendwie auf der Checklist. Aber ansonsten versucht er wenigstens eine einigermaßen originelle Geschichte zu erzählen. Und ob ihm das jetzt so gelingt, da kann man, glaube ich, drüber streiten. Es ist aber zumindest kein Retreat mehr. Und das möchte ich dem Film dann doch zugutehalten. Er versucht, eine eigene Geschichte zu erzählen. Originell, finde ich, ist jetzt das falsche Wort. Ja, habe ich gemerkt. Ich habe selber gemerkt beim Erzählen jetzt. Das ist schon was das falsche Wort. Finde ich gut, finde ich gut. Einsicht ist ja immer der beste Weg. Okay, wo wir ja schon beim Kritisieren sind. Ich fand, den ersten Teil, den habe ich ja noch recht frisch, weil das ist doch keine 24 Stunden her. Und da hat mir die erste Hälfte zumindest, oder hat mir besser gefallen, die erste Hälfte hat mir richtig gut gefallen. Weil auch hier haben wir, dadurch, dass es ein Legacy-Film ist, wir würden es natürlich auf eine jüngere Generation übertragen. In dem Fall haben wir immer dieses Problem mit dem Trope von altklugen Kindern, die einfach alles können. Und ich fand Phoebe Spengler ziemlich angenehm am Anfang, zumindest vom ersten Teil. Sie wirkte nicht wie eine Mary Sue, die einfach alles kann, sondern eine Person, die zwar viel kann in ihrem Bereich, aber eben manches eben auch nicht kann und das auch zugibt und eben auch sozial ein bisschen gehandicapt ist, wenn man das jetzt so sagen möchte. Das fand ich irgendwie angenehm. Jetzt hier im zweiten Teil, mein Kritikpunkt. Er fängt schon an mit einer Verfolgungsjagd, oder mit ein paar Szenen, wo sie dann doch so altklug und omnipotent wirkte. Und da war ich dann schon gleich ein bisschen raus. Weil dann haben wir wirklich wieder so tolle Kinder, oder auch, es muss ja nicht unbedingt ein Kind sein, bei Kindern fällt es einem aber noch mehr auf, weil Kinder in der Regel vielleicht noch nicht ganz so viel Lebenserfahrung haben wie Erwachsene. Und es fängt ja schon an mit, dass sie in diesem Driver-Seed wieder sitzt. Ich meine, das war im ersten Teil auch schon ein bisschen problematisch, dass sie da sofort mitschießen kann. Und dass sie dann zum Beispiel gefragt wird, na, hast du verstanden, was er gesagt hat? Natürlich habe ich das verstanden. Und ich war irgendwie, das hat mir schon ein bisschen wehgetan, dass sie jetzt zu stark war für mich. Aber ich mag sie trotzdem. Ich finde, sie ist noch ein Sympathieträger auf jeden Fall. Aber ich finde halt zumindest, dass der Film halt so eins, zwei, vor allem eine Szene hat, wo schon ihre Eltern ihr klar machen, hör mal, Kind, du bist gerade wirklich egoistisch. Und das machen, also, das wird natürlich auch humoristisch gebrochen. Und ich verstehe deinen Punkt. Aber ich fand es ganz angenehm, dass der Film auch klar macht, sie ist halt wichtig und sie kann auch was. Sie ist nicht umsonst eine Geistigerin, aber sie verhält sich auch, wie gesagt, ja, egoistisch. Ich für meinen Teil fand es eher ein bisschen schade, dass der Film so viele Figuren hat, dass er bei einigen nicht wusste, was er damit machen soll. Und bestes Beispiel dafür ist ihr Bruder, gespielt vom, ja, Timothée Chalamet für die Arbeiterklasse, Finn-Wuhlfahrt. Oder wie Rido früher sagte, genau, Stranger Finn. Ja, Stranger Finn. Weil, also, ich mochte seine Figur im Vorgänger, diesen Trevor, aber in dem Film hat er bis auf eins, zwei Mal, dass er versucht, diesen Slimer zu fangen, mit, ja, womit? Mit Product Placement natürlich. Ähm, nicht viel zu tun. Und es hätte, also, er hätte auch nicht wirklich gefehlt. Also, wenn er nicht da gewesen wäre, wenn sie gesagt hätten, ja, Trevor, Trevor ist gestorben. Grippe, sorry. Nee, weißt du? Wäre es, glaube ich, auch nicht so richtig aufgefallen. Also, das ist, glaube ich, auch ein Problem, den ich mit dem Film hatte. Der hat sehr viele Figuren. Und das Schlimme ist halt, die Figuren an sich, die mag ich auch. Ja. Ich mag wirklich jede einzelne Figur, aber weil es so viele sind, kannibalisiert sich der Film da hingehen, teilweise echt selbst. Rino, du wolltest mir recht geben. Ja, absolut, weil das war auch mein größtes Problem, was ich mit dem Film hatte. Und das Original ist halt so großartig, weil das so ein Ensemble ist aus diesen vier Charakteren, die so gut sind miteinander. Und man möchte einfach weiter sehen, was die miteinander machen und wie die miteinander interagieren und wie die Witze reißen und in was für hanebüchene Situationen die kommen. Und hier sind, also in der Endszene, ich habe gezählt, ich hatte Zeit zu zählen, da stehen halt zehn Leute nebeneinander. Und keiner hat irgendwie wirklich Zeit mit einem anderen großartig diese Original-Chemie und Interaktion irgendwie zu haben, weil es einfach so viele Leute sind. Und es gibt nicht diese Core-Truppe irgendwie, wer sind denn jetzt die Nachfolger von den Ghostbusters? Wer ist denn jetzt das neue Dingsteam? Sind das all die Kids zusammen? Oder sind das die Kids mit den beiden Älteren zusammen? Es gibt irgendwie dieses Team, gibt es nicht. Es sind viel zu viele. Und wenn du in der Endsequenz mehr Leute da stehen hast, als bei Slipknot auf der Bühne sind. Niemand, niemand braucht irgendwo so viele Leute, wie bei Slipknot auf der Bühne sind. Und das war einfach zu viel. Und dann kommt noch halt dazu, dass dieser Obermods leider halt irgendwie, der ist so ein bisschen, als würde er aus dem frisch verstorbenen DC-Universum kommen. Irgendwie sind halt so ein digitaler Monster-Mods, der aber komplett charakterlos ist irgendwie. Und dann ist dann auch, dann hat man keinen Platz für die Charaktere. Und dann ist die große Bedrohung halt irgendwie jetzt auch irgendwie von der Stange. Und dann bleibt die Begeisterung leider ein bisschen aus. Ja, und die große Bedrohung, die hat irgendwie auch keinen richtigen Platz. Man sieht ja im Trailer diese coole, also die kenne ich, glaube ich, die Szene, dieser coole Anfang am Strand. Alles wird eingefroren. New York wird eingefroren. Aber das ist irgendwie, passiert gar nicht so richtig im Film. Also die Bedrohung ist kurz da. Und dann ist sie irgendwie auch schon wieder weg. Also es ist nicht mal der bekommt richtig Platz, hatte ich das Gefühl. Und auch genau, die ganze Stadt friert ein. Aber niemandem passiert was, so gefühlt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist oder nicht. Aber man sieht nie, was das für Auswirkungen auf die Menschen. Da so ganz kleine Szenen. Ja gut, aber das ist, glaube ich, eher das Problem, dass es einfach ein PG-Film ist. Ein FSK 6 oder sogar 12-Film. Also das. Aber wenn Lars die Hand einfriert, dann hat er die danach so in einem Verband. Weil das sieht auch echt böse aus. Und wenn danach die ganze Stadt auffriert, dann tauen die einfach wieder auf. Ich muss sowieso sagen, also zum einen dieser Lars, gespielt von James Acaster, war großartig. Von dem hätte ich gerne mehr gesehen. Genau, weil James Acaster ist einfach ein super britischer Comedian. Kann ich euch sehr empfehlen. Guckt euch mal die Shuffle Taskmaster an, wenn ich euch was sage. Das ist unglaublich lustig. Da wusste ich auch nicht, dass er mitspielt. Da wirklich dachte ich, oh cool, James Acaster. Und dann am Ende dachte ich mir auch so, ja gut, aber er hätte es auch nicht gebraucht. Das ist dann auch so ein bisschen so, weißt du, Perlen vor die Säue, wie man so schön sagt. Und was mir auch aufgefallen ist, und ich glaube, jetzt werden mich wirklich harte Ghostbusters-Fan wirklich vielleicht lünchen wollen, aber mir gefiel das Setting im letzten Teil, dieses Oklahoma-Setting, so viel besser als dieses New York-Setting. Ich weiß nicht, warum, aber ich finde New York als Setting für so eine Art von Film ist mir einfach zu ausgedutscht. Ich fand das mit Oklahoma viel besser und stimmungsvoller. Bitte seid nicht böse, mit dem Sinn auf mich. Naja, und wenn man halt jetzt zum x-ten Mal wieder die Szene sieht, wo die Leuchtsäule aus dem Ghostbusters-Hauptquartier rauskommt und da schon wieder die Geister rumfliegen, dann ist es halt auch, ja, es macht halt auch nicht viel mit dem Setting irgendwie. Also diese vereiste Stadt wäre ja irgendwie ganz cool gewesen, aber man macht halt nichts damit. Es gibt einmal dann irgendwie so einen großen, ziemlich coolen Shot von einem komplett eingefrorenen New York und die Sachen auch aus dem Trailer mit dem eingefrorenen Strand und solche Sachen. Schon ganz cool, aber das ist dann so schnell wieder vorbei, wie es kam. Einfach weil halt auch so viel vorher passiert, was irgendwie abgewickelt werden muss. Ja, und statt James Akes, da haben wir ja hier trotzdem viele andere Figuren, die vermeintlich Humor da reinbringen. Also natürlich wieder Paul Rudd, der ja Paul Rudd spielt und eben auch den, wie heißt der Kumail? Genau. Und die haben beide so eine ähnliche Meta-Rolle. Also die irgendwie kommentieren, was da passiert. Dieser Humor, der halt seit mehreren Jahren jetzt so halt abläuft und man kennt ihn aus Marvel eben, aus Marvel-Filmen, dass Paul Rudd für uns das Publikum so mitspricht. Also wir haben hier Phoebe, die eben sagt, sorry Eltern, aber ich muss jetzt ein paar Geister jagen. Und ich dachte nur, oh, hab mir die Augen verrollt und Augen gerollt und fand es total albern und Paul Rudd, oh, das war aber cool. Das war cool, oder? Das fand ich gerade richtig cool. Oder als der Polizeidirektor in der Figur die Frage stellt, wirst du dich jetzt benehmen oder müssen wir dich verhaften? Und dann Schnitt, sie wird verhaftet und Paul Rudd kommentiert das, oh, wir dachten alle, dass du benehmen wählen wirst. Und so, hä, erklärst du uns gerade den Witz? Ich mag Paul Rudd wirklich gerne, aber hier war er mir manchmal dann, dieser Humor, der hat mir gar nicht gut gefallen und eben auch der Kumail dann, der so ein Charakter ist, der die ganze Zeit die Sachen kommentiert mit, oh, this is so awesome oder so, was hier passiert. Das war dann nochmal zu viel und auch, klar, bei Ghostbusters, du hast da auch Humor drin und das ist auch total wichtig. Aber hier, dann kommt die große Bedrohung und sie ist dann da, ganz New York ist eingefroren und wir kommen zum großen Showdown. Der Showdown lasst ihn fünf Minuten dauern und viereinhalb Minuten davon wird irgendein blöder Witz gerissen, weil irgendeine Figur irgendwas Doofes sagt. Ja, also ich weiß, was du meinst. Es ist mir gar nicht so schlimm aufgefallen, vielleicht, weil ich da mittlerweile auch ein bisschen immun gegen bin, aber vielleicht auch, weil ich es nicht anders erwartet habe mittlerweile. Und ich muss auch sagen, am Ende wird ja auch dieses Bedrohungsszenario auch wieder aufgebrochen, auch von Kumail Nanjani's Figur. Ich sage nur Messinganzug. Ich muss aber auch sagen, dass ich das zum Beispiel unglaublich komisch fand. Da habe ich wirklich laut lachen müssen. Aber es stimmt schon, der Film schafft es nicht so richtig, mal ein Bedrohungsszenario einfach so für sich wirken zu lassen. Das macht er wirklich sehr, sehr selten. Und was er leider auch macht und jetzt werden die Hardcore-Fans wieder sau auf mich sagen. Oh Gott, ja. Ich verspaße es mir. Ja. Folgendes. Nichts gegen Bill Murray, nichts gegen den Elkorten. Doch, wir können gerne gegen Bill Murray gehen. Doch, das können wir auf jeden Fall öffnen, das Fass. Jetzt Ruhe. Jetzt Ruhe. Wenn der Mann redet. Also, nichts gegen Dan Elkroyd, nichts gegen Bill Murray und vor allem nichts gegen Ernie Hudson. Der war immer mein Lieblings-Ghostbuster, weil den jeder immer so ignoriert hat. Ich weiß nicht, warum. Winston finde ich auch sehr schön, dass der Film so ein bisschen auch klar macht, dass Winston jetzt der Ghostbuster ist, der am erfolgreichsten ist oder noch am meisten zu sagen hat. aber ich finde es gut, wenn man die Reihe weiterführen möchte. Nicht nur aus monetären Gründen. Aber man muss sich auch irgendwann mal von den alten Sachen lösen. So hart es ist. Und das tun sie hier auch wieder nicht. Ja. Spätestens, wenn man für eine Räuberleiter-Szene einen Stunt-Double für Dan Elkorten braucht, dann ist es vielleicht Zeit, zu überlegen, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Ja, ich kann schon verstehen, dass gerade die drei, wie gesagt, Harold Ramis ist ja leider von uns gegangen, einfach die Ghostbusters sind für viele. Ja, aber ich finde, sobald die halt dabei sind, nehmen die immer die Aufmerksamkeit von den anderen weg. Und sie sind nicht so viel zu, also ich sag mal so, es sind jetzt keine Auftritte, dass sie einfach durchs Bild gehen und sagen, hallo, ich bin Dan Elkort, tschüss. Okay, bei Bill Murray ist es wirklich so. Bill Murray sagen wir ehrlich, das ist wirklich in dem ganzen Film so, ich bin Bill Murray, hallo. Und das war's. Aber zumindest der, Annie Hudson und der Dan Elkort haben und auch Andy Potts, die dürfen nicht vergessen, Andy Potts nicht vergessen, haben schon ein bisschen mehr zu tun. Trotz allem glaube ich, dass der Film sie nicht benötigt hätte. Und ich weiß, das wird ganz vielen Ghostbusters-Fans jetzt echt gegen den Strich gehen, aber ich für meinen Teil sage, wenn man die rausgelassen hätte, hätte es dem Film vermutlich auch ein bisschen gut getan, denn der geht zwei Stunden und ich finde, im Mittelteil war der mir echt zu lang. so, Schlogger, bitte deine Meinung dazu. Ist da nicht das Grundproblem, dass eigentlich alle Fans gerne einen Film gehabt hätten mit den Original-Ghostbustern und da hat sich ja Bill Murray so quergestellt, hat gesagt, er will nicht und jetzt kann man sich nicht leisten, einen Ghostbusters-Film zu machen, erstens, weil Harold Ramis dann ja gestorben ist, leider, bevor er es dann, und der wollte ja immer gerne Fortsetzung machen und man kann gleichzeitig auch nicht einen machen und dann so ein Stinkepeter wie Bill Murray dann mit reinnehmen und deswegen muss man diese Halblösung dann wählen mit der Familie, die du etabliert hast in Afterlife und dann eben mit den Ghostbustern, die willig sind und auch mitmachen wollen. Ja, oder man hat halt von seitens der Produktionsleitung irgendwie nicht genug Glauben an das Produkt, dass man denkt, wir können das jetzt nur mit den Neuen machen, sondern wir brauchen halt die alten Fans, die sich das auch ansehen und dafür brauchen wir einfach die alten Ghostbusters und darum sind die da und ich finde genau wie du so auch, dass es eigentlich nicht wirklich nötig gewesen wäre. Ich finde, Dan Aykroyd hätte man drin lassen können und Ernie Hudson auch, aber halt in ihren Supporting-Rollen in erster Linie. Ich finde Dan Aykroyd als der Shop-Oder von diesem übernatürlichen Trödelladen, finde ich total witzig und das passt ja auch gut rein, aber ja, genau und dann wird es dann einfach, dann ist für die anderen kein Platz mehr und das tut dem Film hier jetzt halt einfach irgendwie überhaupt nicht gut. Und dann hat er gleichzeitig noch so Momente wie, du hast ja schon angesprochen, dass du es als Kind gruselig fandest, dass im ersten Teil haben wir diesen Geist in der Bibliothek und dann hat er ja, dieser Film ja auch so Reminiszenzen oder was hast du gesagt vorhin, Rino, wie heißt das? Memory Porn? Nostalgie Porn? Nostalgie Porn. Nostalgie Porn, genau. Und ich fände es auch viel cooler, wenn solche Szenen nicht so in die Fresse immer gemacht werden müssten. Also dass du einfach, die sind in der Bücherei und die Kamera fährt vorbei und du siehst es dann so. Aber nee, es wird alles noch mehr gemolken und gemolken und das ist ja das gleiche, also das heißt gemolken, da unterstelle ich ja irgendwas. Es wird einfach noch mehr gezeigt davon, dass es vielleicht auch jedem noch mehr gefällt, aber es würde doch subtil auch reichen und das passt ja auch zu den Ghostbuster-Auftritten. Also ich will jetzt aber gar nicht so krass motzen, weil ich glaube, dass den Leuten, die Bock darauf haben, wird der Film auf jeden Fall gefallen. Und es ist ja auch kein schlechter Film. Es ist halt mehr Komödie und eine modernere Komödie, eine sehr überladene Komödie, die aber Spaß machen kann, um hier mal irgendwie einen positiven Schwung reinzubringen. Also ich möchte jetzt auch tatsächlich, dass du so ansprichst, auch ein bisschen so weggehen jetzt von diesen ganz, es klingt sehr harsch, wie gesagt, der Film ist nicht perfekt, aber ich muss auch sagen, ich habe es nicht bereut, jetzt zu gucken. Ich hatte eine gute Zeit im Kino. Es gibt halt so, für mich halt, mit den Figuren ist ein großer Schwachpunkt, dass der Film einfach für mich im Mittelteil viel zu viele Längen hatte. Also ich habe mehr als einmal auf die Uhr geguckt, aber als er vorbei war, hatte ich dann auch, kam ich mit einem guten Gefühl aus dem Kino. Ja, ging mir auch so. Und genau, das klang jetzt alles so ein bisschen sehr negativ, weil es einfach einfacher ist, glaube ich, die Sachen einfach über die Sachen hier zu reden. So wenig richtige Höhen, wie er hatte, aber Tiefen hatte halt eigentlich auch keine. Also es gibt jetzt nicht viel, wo ich sagen würde, oh Gott, das war jetzt ganz mies. Ich finde ein paar von den Witzen wirken halt irgendwie ein bisschen gekünstelt. also die, die kommen mir zu sehr aus der Autorenhand, merklich irgendwie, aber richtig mies oder schlecht daran fand ich jetzt auch eigentlich nichts, ehrlich gesagt. Und ich hatte durchaus auch Spaß. Ich hätte ein bisschen mehr Spaß haben können, wenn man ein paar Sachen halt ein bisschen anders gemacht hätte. Aber grundsätzlich ist das, ist das nicht gut. Was ich zum Beispiel schön fand an dem Film ist, es wird ja auch thematisiert, dass sich die Welt ja auch geändert hat. Das ist mal sehr schön, weil die Ghostbusters 84, die haben die Geister gejagt, die haben sie eingefangen, dann wurden die irgendwie weggesperrt und gut ist und danach wurde sich nie wieder drum geschert. Und jetzt kommt halt die Frage auf, was ist eigentlich mit den Geistern, die jetzt eingesperrt waren? Und das ist eine schöne Frage, weil der Film ja auch so ein bisschen das Thema aufmacht, so, sag mal, diese Geister, das sind ja in Anführungszeichen ja auch irgendwie Lebewesen, vielleicht haben die ja auch ihre Rechte oder ihre Gründe, warum sie gerade Amok laufen. Und vor allem, so blöd es klingt, aber denkt auch jemand mal an die Umwelt? Also was hat das für Folgen, wenn man einfach Geister 40 Jahre lang in diesen Container einsperrt? Und das wurde nicht so sehr mit dem Holzhammer gemacht, aber es war zumindest da und ich fand, es war ganz nett. Sie sind nicht wirklich darauf eingegangen, aber es gab ein paar Momente, wo ich dachte, ja, eigentlich gar nicht mal so unkleber, mal auch sich darüber Gedanken zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, gerade die Thematik, dass halt nicht jeder Geist böse ist und nicht jeder Geist sofort gejagt und eingesperrt werden muss, ist was, was ich mir in einem potenziellen dritten Teil durchaus gut vorstellen kann. Oh, jetzt sind die Geister auch noch woke. Oh Mann, ey. Ey, woke Geister, das geht ja so. Ey, hast du gesehen? Die meisten Geister in Frozen Empire waren auch Frauen, außer der Bösewicht. Der war männlich. So. Scheiße. Ah, nee, ich weiß nicht. Ich fand halt immer gut bei Ghostbusters, dass die Geister in den Filmen halt so abstrakte... Richtig, Reno, so geht das nämlich. ...abstrakte Monster sind irgendwie. Und wenn man jetzt plötzlich sich mit denen unterhalten kann, weil das Menschen mal waren, dann die Implikationen, die sich dadurch auftun darüber, was wir von denen über das Jenseits erfahren können und quasi die größte Frage, die die Menschheit hat überhaupt, was passiert nach dem Tod, die kannst du jetzt halt klären. Fällt in dem Film keinem ein, da vielleicht jetzt mal nachzuforschen. Hätte doch Ghostbusters 3, wir beantworten die Frage, was kommt nach dem Tod? Wir blicken in den Vorhang. The real answer. Ja, genau. Ja, nee, das... Wo sind meine Pachut in den Socken? Genau. Wo landen die überhaupt genau? Aber lustig ist so, das Thema habe ich gar nicht wahrgenommen, sodass die Geister dann ja auch irgendwie vielleicht ein Motiv haben oder nur noch unfinished Business. Ja, die hat mich übrigens genervt, aber wir waren jetzt fertig mit dem Motzen. Die fand ich ganz doof leider. Ich habe noch mehr Motze. Oh nein! Wir bleiben bitter, Rino. Wegen der Modernität zum Beispiel. Was du eben ansprachst. Ich finde, teilweise macht er halt so ein bisschen das Gegenteil von Nostalgia-Porn, ist, dass Autoren, Drehbuchautoren irgendwie reinbringen müssen, dass sie schon Ahnung haben von der modernen Welt und da müssen halt dann so Sachen fallen im Dialog, die eigentlich sonst überhaupt nichts zu tun haben da und nur sagen, guck, wir sind modern und dann machen wir halt mal irgendeinen Spruch mit Krypto oder irgendwie sowas. Das fand ich da halt auch ein bisschen kringelig. Das war irgendwie... Aha. Nee. Fand ich nicht schön. Nee, aber ich fand es halt einfach interessant, weil der Film geht auch nicht so in die Tiefe, aber es stimmt halt schon, die 80er Jahre waren ein ganz anderes Jahrzehnt als jetzt unser Jahrzehnt und natürlich kann man das jetzt als Vogue bezeichnen oder was ich, aber ich fand, das war ein interessanter Gedankengang und ich hätte es mir auch gefallen lassen, wenn der Film ein bisschen tiefer reingegangen wäre, aber das ist halt ein Unterhaltungsblockbuster, das darf man nicht vergessen. Also den Spruch, den du ansprichst mit den 80ern, den fand ich auch gut. Der hat gepasst, der war nicht übertrieben, den habe ich gedacht, ah, I see what you did there, den fand ich auch okay. Ja, Walter Peck hatte recht. Walter Peck hatte recht. Walter Peck hat nichts falsch gemacht. Ja, der Bürgermeister, der überraschenderweise immer noch Bürgermeister ist. Nee, im ersten Film war er kein Bürgermeister. Ach okay. Da war er doch, oder? Da war er nur, ich weiß nicht genau, irgendwie beim Umweltamt oder irgendwie sowas, aber... So oder so hat er eine Schallkarriere gemacht, wäre nach 40 Jahren immer noch da in der Politik unterwegs in New York. Ja, aber da geht doch der Film schon los. Wieso ist denn der so Anti-Ghostbusters? Die sind doch offensichtlich das Einzige, was zwischen der Menschheit und den Geistern steht. Weil sie ihn beleidigt haben. Ich kann den Mann, also natürlich, das ist ein Anti, kein sympathischer Mensch, aber er hat schon Punkte. Und ich meine, alleine am Anfang, wenn die durch die Stadt rasen und diesen komischen Geisterdrachen jagen, was die da umnieten und ganz ehrlich, natürlich, das sind nur Sachschäden, aber da müsste halt einfach mal eines von diesen Kanaldeckel-Dingern einfach mal wirklich in die Windschutzscheibe eines Autos knallen. In ein Kinderwagen. Oder in ein Kinderwagen. Möchtest du? Du willst das. Ja, geil. Kinderwagen-Terror finde ich super. Guckt euch French Connection an. Nein, also natürlich, der ist kein Partieträger, der ist auch doof. Der soll man auch nicht leiden, aber ich finde, der hat ein paar valide Probleme. Ja, aber da kannst du gegen jeden Superhelden, ich meine, ich finde es auch krass, wie viel die kaputt machen, dass da rümpfe ich genauso meine Nase drüber. Deswegen war es ja auch gut, dass es in Oklahoma war, obwohl sie da ja in der Stadt auch viel kaputt gemacht haben. Da konnten sie wenigstens übers Land düsen und da hat der Protonenstrahl nicht so viel kaputt gemacht. Und hier wurde ja auch offensichtlich bei der krassen Sachbeschädigung direkt hintendran gesagt, war PG-Film oder PG-13. Zum Glück gab es keine Toten, weil da wurden ja Apartments einfach durchgesenkt, wo du kurz dachtest, wenn da jetzt ein Baby geschlafen hätte. Ja, aber es waren sehr hessische Apartments, alle unbewohnt. Ja, das war bestimmt nur so Airbnb. Und sie hatten auch Schimmel. Die darf man kaputt schießen. Das wusste die doch die Phoebe und hat nur in die Richtung geschossen. Jetzt so, nachdem ihr jetzt den Film geguckt habt und der Vorgänger war erfolgreich, kam auch sehr gut an und ich könnte mir vorstellen, dass auch dieser Teil wieder erfolgreich ist und zumindest was unsere Stimmung angeht, jetzt nicht so viele Fans vielleicht hat wie der Vorgänger, aber trotzdem auch Leute glücklich aus dem Kino kommen lässt. Habt ihr Wünsche für einen dritten Teil? Was sind eure Wünsche für den dritten Teil? Ich würde mir wünschen, dass man das nächste Mal einen Ghostbusters-Film macht, weil man eine richtig coole Idee hat für einen Ghostbusters-Film und nicht, weil wir mal wieder einen Ghostbusters-Film machen. Kommt jetzt da, wird es eine Trilogie oder noch mehr? Weiß man da schon was? Wahrscheinlich, vielleicht? Naja, es ist ein Blockbuster, das heißt, da wird so oft was nachkommen, wie es erfolgreich ist. Ja, mit den gleichen Figuren meine ich, aber das weiß man wahrscheinlich noch nicht. Sonst dampft es gerne ein, nehmt meinetwegen drei, vier Figuren, die, keine Ahnung, die sind Studenten und haben wenig Kohle und müssen ihr Geld damit verdienen, dass sie putzen müssen oder eben Kammerjäger sind und die müssen dann damit klarkommen, dass sie nicht nur Insekten und Schimmel bekämpfen, sondern dass da eben auch Geister sind und es wäre zwar so ähnlich wie Teil 1, aber wir haben ähnlichen Humor dann und es muss halt bitte nicht in New York sein und ohne Skybeam und dann kann ja meinetwegen auch ein bisschen was von Stu rein, dass wir lernen, okay, Geister sind vielleicht nicht die ultimativ bösesten Monster, sondern der Mensch ist doch das einzig wahre Monster. Nein, das bitte nicht. Und wenn man es neu auflegen würde... Das klingt interessant. Das klingt interessant. Das schreibe ich mir auf. Der Mensch ist das einzig wahre Monster. Genau. Jetzt hast du auch was gelernt. Also, falls man es neu auflegen würde, dass man eben ganz back to the roots geht, die alten Sachen wirklich abkappt, wie ihr ja auch schon erwähnt hattet jetzt und so das dann eben ein bisschen auffrischt und eine nette kleine Komödie mit Action und Geistern macht. So, aber das ist jetzt völlig aus dem Nichts herbeigesogen. Ich habe also keine Wünsche an das aktuelle Szenario. Vielleicht schaffen sie es ja ein bisschen weniger von den alten Ghostbusters reinzunehmen oder beziehungsweise mehr von Ghostbusters und weniger von den neuen. Keine Ahnung. Einfach ein bisschen weniger Figuren. Aber wenn sie so weitermachen, haben wir schon gesagt, es gab auch keine krassen Tiefen. Und dann sind auch alle halbwegs zufrieden, würde ich sagen. Ja, mein Wunsch sieht ähnlich aus. Also für den dritten Teil, ich bin, ich mag diese neuen Figuren sehr, sehr gerne. Bringt die gerne zurück. Die alten Figuren, ich weiß, die, solange die noch leben, werden die auch irgendwie einen Platz finden. Das ist auch zu Recht. Aber vielleicht, dass sie, ja, nicht mehr so im Mittelpunkt stehen. Ein paar Figuren vielleicht weglassen oder auch aussortieren. Und einfach eine schöne, geradlinige Geschichte. ich erwarte da auch nichts Großes. Und ich glaube, dass sie jetzt aber mit dieser Familie, den Spengners, wirklich neue Figuren drin haben, die sehr gut funktionieren könnten für den dritten oder vierten oder fünften Teil. Wer weiß, in 30 Jahren ist es dann so, dass hier Trevor Spengner irgendwie derjenige ist, der ein Cameo-Auftritt hat. Mal gucken. Ich glaube, das Franchise ist sehr giebig. Es ist ja sowieso sehr bewundernswert, dass dieses Franchise immer noch existiert. Denn wenn wir uns mal angucken, Marvel und Star Wars, wie viele Filme und Serien, die hervorgebracht haben bei den Ghostbusters, waren es jetzt, glaube ich, eins, zwei, vier ist jetzt der fünfte Film. Also das ist, wenn man bedenkt, dass sie 84 angefangen haben, ist das nicht so viel. Aber ich will mich da nicht beschweren. Qualität statt Quantität? Ja. Und für mich ist ganz klar dieser Film nicht so gut wie der Vorgänger, aber er machte mir auch Spaß. Und jetzt gehe ich einfach mal direkt über zum Fazit. Es kann natürlich sein, dass Rino und Schlag noch irgendwas loswerden wollen, aber es ist mir gerade vollkommen egal, denn ich bin hier der Chef. Deswegen das Fazit. Mein Fazit, die folgt aus, der macht Spaß. Der ist etwas unrunder als der Vorgänger. Gerade im Mittelteil hat er mir ein paar Längen zu viel. Er hat wirklich zu viele Figuren. Und das Schlimme ist, dass die ganzen Figuren auch noch unglaublich sympathisch sind. Dass es echt schade ist, dass dann einfach ein paar Figuren hinten runterfallen. Trotz allem, spaßiger Blockbuster. Ich hatte eine gute Zeit im Kino, auch wenn sie mit zwei Stunden ein bisschen zu lang war. Insgesamt aber wirklich ein netter Film. Und ja, von mir, wenn ihr euch den angucken wollt, gibt es für mich keinen Grund, warum ihr das nicht tun solltet. Und Schlagga, mach du mal weiter. Ja, also ich fand es nicht ganz so positiv, weil ich auch schon beim ersten Afterlife ab der zweiten Hälfte so ein bisschen verloren ging, weil ich den Anfang so schön fand. Und dann war es mir eben zu viel von dem Nostalgie-Porn, was ich für einen Film völlig okay finde, vor allem um Egan oder eben Harold Ramis so ein bisschen zu ehren. Das fand ich total schön. Das haben sie auch toll gemacht. Das hat mir gut gefallen. Und beim zweiten Teil eben war es mir dann ein bisschen zu viel. Ich hatte zu oft Augenrollmomente. Ich habe zu oft gedacht, hä, wo ist jetzt das und was ist jetzt da? Oder dass eine Figur mich genervt hat, wie sie sich verhalten hat. Aber ich glaube, das war auch ich persönlich, das ist meine subjektive Meinung. Das heißt, für den normalen Kinogänger und vielleicht auch den Ich-mag-alles-was-Ghostbusters ist, der wird hier auf jeden Fall seinen Spaß haben, denke ich, weil es ein solider Film ist, der eben nicht nur das Thema Familie hat, sondern auch das Thema erweiterte Familie. Und ich mochte auch, wie die Geister aussahen. Und deswegen würde ich trotzdem eine kleine Empfehlung aussprechen. Okay. Rino? Ja, ich glaube auch, eine kleine Empfehlung finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Für mich macht er, versucht er zu viel zu machen und erreicht dann bei einer eher recht geradlinigen 0815-Handlung eigentlich nicht genug. Ich finde aber, so ein Ensemble-Film, wie der erste war, in der Konstellation, das wieder hinzukriegen, ist sehr, sehr schwer. Wenn sie dem ein bisschen Zeit und Raum geben würden und versuchen würden, das mit den Figuren, die sie da haben, weil ich die auch wirklich schwer in Ordnung finde, das damit ein bisschen zu machen, da ein bisschen Vertrauen rein zu haben, dass diese Nachfolgerfiguren das auch irgendwie stemmen könnten. Das fände ich auch ganz toll. Jetzt so wie es ist, es ist so ein schönes Zwischending. Man kriegt von den Neuen viel mit, man kriegt von den Alten viel mit, man kriegt einen Obermods, der langweilig ist, aber der Film selber ist es nicht. Der ist kurzweilig, der macht Spaß, der ist alles andere als perfekt, aber warum nicht? Alles klar. Gut. Dann sind wir hiermit durch. Vielen Dank, dass ihr auch zugehört habt, wie wir über, jetzt wollte ich schon sagen, Frozen Ghostbusters, nein, Ghostbusters Frozen Empire. Der Titel ist irgendwie auch irgendwie, weiß ich, der klingt so Ghostbusters-untypisch, oder? Ghostbusters völlig unverfroren. Ja, und sie macht das noch schlimmer. Dafür bin ich da. Dann mache ich jetzt mal, ja, ich mache jetzt mal auf, ich lasse dich jetzt mal gehen, I let it go. Bevor ich das tue, denk dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt und auch auf unserer eigenen Webseite, www.tele-stammtisch.de und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, boy, der Stu und die Schlogger, die scheinen ja wirklich Ahnung von Horror zu haben. Das stimmt. Vor allem ich habe Ahnung von Horror, denn jeden, einmal im Monat, ja, führe ich die Divertus Schlogger, die jetzt nicht so der große Horror-Head ist, in die Welt des Horrorfilms ein, mit Schocker mit Schlogger. Folge 3 ist, ja, vor gut einer Woche erschienen, da geht es um Steve-Away-Camp und Folge 4 kommt am 13. April raus und, liebe Schlogger, kannst du uns kurz vielleicht hier exklusiv ankündigen, welcher Film wird dort besprochen? Exklusiv, äh, mein Social-Media-Gefolge hat entschieden und abgestimmt, es wird, ne, er heißt nur Hitcher, ich habe fälschlicherweise The Hitcher gesagt, er heißt Hitcher und wird irgendwo auf der, auf dem Highway mit irgendeinem Anhalter spielen und mehr weiß ich gar nicht drüber und bin sehr gespannt, habe ein bisschen Angst, aber bin auch sehr gespannt. Es wird ein Fest. Oh Mann, wenn du das so sagst, würde es ganz schrecklich. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ja, 13. April, hört rein, hört auch gerne in alle anderen unsere Sprechungen rein, es ist ja nicht nur der Rino, die Schlogger und ich, es gibt noch ganz, ganz viele weitere, die hier mitmachen und damit bin ich hier durch. Ich sage danke fürs Zuhören, Rino sagt dann Tschüss und die Schlogger, der gebührt das letzte Wort. Tschüss. Oh, ich muss jetzt auch noch was sagen. Genau, hört, hört, hört euch die Schlogger-Schocker an, das macht sehr viel Spaß und wer frostet, der rostet und damit gute Nacht. Ich lache noch ein bisschen, hängen einen ganz klitzekleinen Werbeblock hinten dran, ihr habt eh schon alle abgeschaltet, deswegen gönne ich mir hier einfach. Also, mein Name ist Schlogger, das ist mein Künstlername, weil ich nämlich Comiczeichnerin und Autorin bin. Ihr findet mein Krams auf Schlogger.de oder kauft einfach direkt meine Bücher im Schlogger-Shop oder auf Social Media überall, wo es Likes gibt, wie auch den Tele-Stammtisch, findet ihr mich unter dem Handel the englischer Artikel theschlogger und hier bin ich auch beim Tele-Stammtisch gerne oft vertreten und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Besprechung wieder mit dabei seid. Passt auf, bevor ich aufs Klo setze, dass da kein Geist drin hockt. Mein kleiner Rat für euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.